Ja, hallo liebe Leute und herzlich zu einem neuen News Video und zwar gibt es Neuigkeiten, denn die lebendige Welt Staffel 3 kommt und zwar kommt sie im Februar. Der Termin ist zwar noch nicht festgelegt, aber im Februar kommt auf jeden Fall die Staffel 3, Episode 4 genau und dann gibt es noch eine zweite Neuigkeit und zwar wird es den Tarir Multiloot Fix geben, wenn dann auch der Patch kommt. Also für alle, die noch ein paar Ectoplasma Batzen brauchen, die können das natürlich farmen. Zufälligerweise ist auch der Preis von Ectoplasma Batzen natürlich auch hochgeschossen. Da war ja immer zwischen 30 und 32, auf einmal liegt der jetzt schon bei 37 rum, zwischen 35 und 37. Also Leute, falls ihr noch ein paar Ectos braucht, macht das gut im Tarir Multiloot Farmen. Falls ihr nicht wisst, wie man das macht, dazu habe ich ein Video gemacht, das kann ich euch mal oben in der Ecke verlinken, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen nochmal, bis dahin Leute und tschüss.